Geh nur mal vor Hier Wartet jetzt was? Danke, können Hier kann man hoch Licht Ah, ein Steigeisen Oh, guck, da muss man hochbringen Also, wahrscheinlich haben wir erstmal Optionen, ne? Die Seilgeschichte oder hier kompliziert Ja, wir haben ja jetzt gerade was eingesammelt Ah, ok, ok, ok Weiß noch nicht, wie man das einsetzt Ah, mit E Willst du hier weiter oder was soll ich? Keine Ahnung, mir egal Oh Gibt's einen Tragen, wenn ich die schaue? Kann man, oder sie Ich hab's geschafft Was? Woher kommen wir hoch? Ja Kann ich mich denn jetzt? Oh 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 Okay Das dauert schon lange, die Körperteile abzutrennen Oh Ich könnte die Axt auch auf den Schnelltasten nehmen Schnelltasten aber nochmal Oh Was ist das mit dem Mit dem Rucksack kommen? Oh Oh Alter Alter, ich bin richtig blutig Ja, ich auch Das war ja Ich guck nach links und direkt bin ich tot Okay Das kam unerwartet Okay, ich bin da Nein Äh, wo bist du denn? Äh, ich kann dich gar nicht kretzen, warum? Ah, jetzt Aber ich krieg auch irgendwie Schaden gerade Aber ich seh nicht warum Achso, ja, bei mir hab ich den gar nicht mehr gesehen Äh Entweder leckt es bei dir, weil der ist gar nicht bei mir Der war ganz weit weg und ich hab Schaden bekommen Ich bin auch da Ich lieg auf dem Boden Vorsicht Dankeschön Äh Ist der tot? Der rennt, ne der rennt Vorsicht Der rennt weg und kommt wieder Was ist das denn für ein krasser Loot? Ja Okay Ich box den Ich fix den Ich fix den so richtig Okay, der ist brei Holy shit Was hast du schon weiter gelaufen? Oh ja, ein Stück Wie bist du? Ich bin noch, ähm, einer der Leichen Ah, da muss nicht jeder hacken Ah, da muss nicht jeder hacken Ah, da muss nicht jeder hacken Weil das verdirbt doch irgendwann Also ich würde immer wenn du Hunger hast Eher so frischeres Fleisch nehmen Boah Ich gucke meine Metallen sehen Ein großes Bein Okay Oh, hier lag ein Müsli-Riegel bei mir Guck mal oben Nach oben Nach oben? Oh lol Ich glaube der hatte einen Kletterunfall Ich glaube der hatte einen Kletterunfall Ich weiß nicht Ist auch geil mit den Fischen Aber die kann man irgendwie nicht pieksen Oh ne Doch, kann man, kann man Ne? Ja, ich hab grad einen bekommen Oh, hier sind ganz viele Snacks, ne? Snacks auf dem Boden? Da unten auf dem Boden, oder was? Soll das sein? Oh, dann wird das ne Optik sein Huch Was ist da an der Wand? Was dazu bedeutet? Äh, wo? Ah, nur eine Spiegelung, ja 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 Ach, guck mal, hier müssen wir wieder klettern Okay Ah, zum Glück war Tom Raider erst kürzlich hier Und hat das Dingsbogen vergessen Ja, ne? Äh Äh Ach, da runter Da war eh drunter Eh Oh, ein Seil liegt hier sogar Kann ich das irgendwie, ach ich hab schon ein Seil Hm Hm Das sieht nach nem Ausgang aus Echt? Mhm Der Ausgang? Oh Wo? Dann kommen wir da oben Ja Ah Okay Wollen wir ein neues Tool Nice Sind wir ja richtig krass drauf jetzt Hm 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 Oh, es ist Tag Kreuz Aber Das ist nicht die Stelle, wo wir Ne, ne War auch hübsch Hat die rot markiert, wo wir Eingang sind Vorher noch was Vorher noch something Ah, okay Oh 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 Ups Oh Aha Ich dachte schon Hm? Ich hab noch nicht rausgefunden Was man für einen Abstand braucht Um mit dem Speer Vögel zu pieksen Ja Schwierig Äh, guck mal, da vorne sind wir reingekommen Hm Hm Aber der Weg von dort hinten Wir Haben unter der Erde Vier Länderfalls Ja Ja Da mussten wir auch kraxeln Und so weiter Braucht man ne Schildkröte noch, ne? Nö, ich glaub nicht Ha, aber Ich hab so ein bisschen Ach, da vorne ist das, was ich meinte Oh, ich hab nen Koffer Ja Ich kann mal aufstoßen und dann ist dann da individuelles Lot drin Okay Ah, das war ein schöner, schöner Koffer Rosa mit Punkten Äh, röse Okay Ja, genau Oh Oh, ich hab auch ein Reh gefunden Nice Puuuuh Nee, ich würd hier gerne rüber Hier, weil da vorne ist die Höhle Ich kann mich erinnern Ich hab's wiedererkannt Da ist doch Kirk's Special Tool Das mein ich Ja Ich hab hier leider noch Du kannst ja Rüstung, du kannst ja Rüstung mit der Haut machen, ne? Ja Okay Hier vorne irgendwo Bisschen geradeaus, bisschen hoch und da ist das dann Ich seh die ganze Horde an Menschen da hinten Aber die laufen vor uns weg Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns Wir laufen hier oben nicht zu Oh, da brennt einer sogar Lass uns mal zu Marco laufen Oh ja Die sinkt aber auch Au Das hat wehgetan Die sind nicht freundlich Ja Gar nicht freundlich Oh, ich hab... Ich bin fast tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Aua, aua, aua Ihr müsst überleben Ja Das weiß ich nicht Hallo Malik Hm Na, wie geht es dir? Äh, 19 Jahrzehnt, ein neues Konzert Buck Danke für den Retz Ich komme Wie kann ich helfen? Da Oh, ich bin schon wieder tot, oder? Nein, ich auch Ich nehme schnell eine Medizin Oh, alles ist rot Ich kann keine Medizin nehmen Wo sind denn? Wo ist denn Medizin? Da Hab ich Hab ich Ich retze? Danke Ich hatte zum Glück noch Medizin, ähm, äh, in welcher Was denn? Ist da noch einer? Ja, ich habe Wacken genommen Ja, ich habe Wacken genommen So Ja, so wie mein Finger war, aber das war wohl falsch Ja, so wie mein Finger war, aber das war wohl falsch Aber ist nicht so schlimm Ich mache mir jetzt einen Verbesserten schwer Was? Weiß doch nicht wie Zwei Tücher Ich mache einen Stein, finde aber Da ist er schon Gar nicht schwer zu machen Kann jemand hier noch einen Hand und Fuß auch sammeln, falls notwendig? Leider nichts mehr übrig Okay Also leider kein Platz mehr Da hinten, okay Bin unterwegs Soll ich meinen Speer weggeschließen? Oh, da Auch? Die sind ja aber auch schnell Rehe Der fliegt aber recht nahe, der Speer Oh nein, jetzt ist er durch den Stein geflogen Ja, okay Ich glaube, kann man knicken Warte Okay, jetzt ist meins auch weg Nice Kann man nicht mit Steinen werfen? Zur Not Ich äh Bestimmt Okay, die Höhle müsste irgendwo hier sein Oh lol Ist einfach direkt vor mir das Rehchen umgefallen Okay Da ist schon ganz da Es wird dunkler Ja, wie voll ist das im Mentor, bitte? Hm, okay, also eigentlich muss das hier irgendwo sein Wenn wir uns hier so ein bisschen aufteilen, finden wir das Wahrscheinlich ein bisschen weiter oben Gibt's ein Merkmal? Gibt's ein Merkmal? Gibt's ein Merkmal? Hier irgendwie Hier irgendwie Mh Ja, also du siehst halt immer so ein Seil, ähm Ach Ah, ich hab's Hab's gefunden Hab's gefunden Bei mir? Ja Ja, bin nun unterwegs So, wie mach ich so einen Marker? Weil dann baue ich auch mal eben ein Irgendeinem der Baumenü ist keine Ahnung Ich hab da mal durchgescrollt Marker Signale SOS Ne, du kannst ja unten links und unten rechts Und mal durchscrollen Durch die Sachen Oh, komm wieder Äh Bei den blauen Sachen, das vorletzte Signalflagge Stickmarker Das vorletzte Hab ich nur Signalflagge Kletterseil Holz Ja, Signalflagge, sorry Okay Okay Hab ich Okay, ich schnell hier rein Bevor wir erfrieren Ich würd mal unten wieder was zu essen machen Weil, äh Magen ist halb leer Ah So langsam friere ich Ja, ich kümmere mich Schau mal, ob ich das direkt bauen kann Schau mal, ob ich das direkt bauen kann Friere auch Ja Okay, brennt Dann mach ich auch uns ein schönes Oh Jetzt hab ich da Geld reingeworfen Wann willst du hier mit Geld? Ich hab jetzt zwei Essen reingetan Ich auch Ah, das wird lecker Hier liegt Zeugs, ne? Ja, ich hab hier schon einiges eingesammelt Was hier noch? Und hier war Achso, hier, das hab ich noch nicht Okay Okay Nice Oh nein Ich hab so viel verdorbenes Fleisch Oh nein, ich hab so viel verdorbenes Fleisch Ja gut Ich hab noch, äh, rohlen Fisch Ich hab noch hohe Arme und Beine, die könnte ich rein tun Aber wir sind gerade noch voll, ne? Mit Essen Also habt ihr alle genug? Oh, scheiße Ups ach passiert habt ihr denn alle genug essen du musst das nicht reinlegen sondern ich glaube du musst drücken oder sondern kannst du da so durch scrollen und dann kannst du dir entscheiden ob du halt bitte ja ja wenn das lagerfeuer steht dass wenn du klaus bist dann dann siehst du das dann deshalb so ein menü okay okay es sind zwei vorsicht er lasst uns hier mal sogar mehr glaube ich als zwei oh ja der hat das gesehen breit okay wir kommen dann ist auch etwas was ich gar nicht sehen will es ist besser so eine kohle aus ich habe mal ein paar molotov cocktails gemacht nur für alle fälle okay seid ihr bereit jede eine hat jetzt richtig bock warum hauen die denn alle ab hier oh jetzt kommen sie hätte ich mal nichts gesagt aber das war einfach mal die respekt schelle des todes oje ich bin richtig lau aber ich habe noch aloe vera und diese pflanze ich kann mir tatsächlich gerade noch einen hier machen ok eins gegessen das pieh kommt oh ja oh du weißt was das denn an ok ich habe molotov cocktail vorbereitet die musste vorher anzünden oh habe ich bitte weg rinnen davon ja hinweg oh ich treffe die dinger nicht ich bin so schlecht beim molotov cocktail schießen ich habe noch nicht eingetroffen ich habe gedacht steht genau wo der hink muss also einen kleinen markt ist er das können wir gar nicht näheren holy shit ist ein ekelhaftes ding was habe ich denn aus den jetzt rausgezogen ein stückchen rüstung glaube ich guck mal du kannst dir die haut anziehen jemand der inventar und dann irgendwo auf der rechten seite findest du das mutanten haut und auch die die lisa haut anziehen habe ich schon gerade eben gemacht vor einer sekunde bin jetzt geschützt ein druckluftflasche wurde kann zu beschreiben an welcher stelle links oben blau links oben blau oh das habe ich doch nicht tatsächlich krass ok wahrscheinlich ist das zum tauchen oder so könnte ich mir vorstellen was kann ich mit dem stoff anfangen du kannst daraus sein machen oder eine fackel oder sonst was um als tipp gemalt im inventar und mit rechtsklick macht man ein stoff in die mitte und wenn du damit der maus auf das zahnrad drauf steht alles was wir damit bauen kannst stimmt also mit sieben stoff ein seil mit einem stoff einer flasche molotov cocktail eine knochenrüstung sich gerade was den muss noch nicht entdeckt haben brennende waffe mir fehlt für die knochenrüstung leider hast du echt hatte knochen bis zu haben guck mal neben den schädeln okay aber knochen ist ja das geringste ding das kriegen ja bestimmt gleich jetzt habe ich kurz die orientierung ach so guck mal der hat eine uhr am arm die kannst du auch noch klauen ich glaube der du braucht sie nicht mehr der gespießte oh koffer aber mit mega vielen schokoriegeln lecker 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 was habt ihr da drin eine batterie auch nicht schlecht auch lecker in meiner klasse haben die jungs immer als ich jung war auch eine batterie sondern eine volt batterie gehabt in die zunge man diese enden da gehalten habt ihr das auch gemacht ich habe mich das nie getraut ich hätte mal angst vor dem stromschlag testen ob noch spannung drauf ist mein lagen ist zur hälfte leer wo ja meine auch für keine snacks so ein müßigriegel habe ich glaube ich ich guck mal eben ah ja auf der rechten seite träumchen macht sogar richtig viel direkt unter den schädeln neben dem soda geil erstmal zwei schokoladen reingestopft ganz viele sodas oh ja was zu trinken oh nice oh richtig viel jetzt weiß ich natürlich nicht ob geradeaus oder rechts richtig war ah rechts war richtig ne beides also wir kamen von hier geradeaus da sind zwei wege ja genau aber ich weiß noch mehr wir kamen von hier ich glaube hier müssen wir lang ach ist doch lässig hier das habe ich irgendwie auch gesammelt ne zeichnung ne zeichnung? echt? mhm ne ich bist einfach drüber gelaufen komm mal die habe ich nicht gesehen ja natürlich da hängt was mit e pssst oh der geht's raus ne ja komm mal da rein gucken wir mal auf die andere Seite ja ich hätte hier so ne Marker gemacht achso ja kannst du machen warte ich bleib drin hm ich brauche keine frische Luft hier kann man theoretisch Blätter und Stöcke mal kurz noch aufsammeln ich habe leider keinen Schuh gelegt du hast gar keinen? ne ähm ich weiß man kann die irgendwie handeln aber ich habe keine Ahnung warte mal äh ich 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 glaube damit dieses Tablett nehmen hier hier guck mal ich biete gerade einen an kannst du dir den nehmen? ja danke gerne ok komm ich wieder rein Marker gesetzt Tag 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 der war doch gerade noch nicht da ne ey ohne Scheiß der war wirklich gerade noch nicht da wer ne der hier wer dieser sag mir nicht du siehst den nicht hier bei mir Manni hat Marco in den aufgestellt gerade hehehe hast du? ne guck mal direkt vor meiner Nase hier ist so ein es ist im Stream aber ein Totenschädel mit ner mir ist doch nix ok der war nämlich gerade noch nicht da jetzt noch einmal ist hier gespawnt ok dann warte ich kurz wo waren die Schokolade nochmal? ähm unter den Schädeln neben dem Soda da hab ich Soda? da hab ich Geld? ähm also rechts neben Soda wenn du keinen hast dann hast du wohl keine aufgesammelt da sie liegen ab und zu in den Höhlen rum hm ok ah ich werd hier noch zum Bonzen so viel Geld berestet wir zählen auch echt zum Bonzen ich tu das immer ins Feuer rein Ah, hier ist doch richtig viel Soda. Die ganzen Sachen neu gespawnt oder was. Weiß ich nicht, anscheinend. Ja, cool. Kostenlose Soda. Dreck trinken. Geil. Aufnehmen. Geil. Sieht doch gut aus hier. Braucht jemand eine Bibel? Nee. Außer sie ist aus Metall. Ich glaube aus meiner Metallbibel kann ich gegen solche Sachen ein bisschen mehr ausrichten als mit dem freien Wort Gottes. Also nichts gegen das Wort Gottes. Geradeaus. Ah, ja. Ich will jetzt auch weiter. Ja, aber geradeaus. Bleib bei mir. Okay. Geh mal hier ein bisschen zurück. Die sind rosa. Oh ja. So. Okay. Molotow Cocktail habe ich. Zünde ich an. Okay. Wollen wir mal. Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Oh! Hab ich getroffen? Ja. Pass auf, ne? Der ist ganz, ganz gefährlich. Ich hab noch einen geworfen. Oh, diesmal. Ah, hab ich doch getroffen? Ne, doch nicht. Einen hab ich noch. Tot. Ja. Ah, okay. Oh, da ist noch einer. Hinter euch. Ich bin, wenn mal die Mutanten haut. Braucht ihr was zu messen? Ähm, ne, grad nicht. Kann ich. Also, es geht. Kann ich. Aber muss nicht sein. Hm. Ab hier weiß ich nicht mehr. Ah, hier hoch. Egal nichts, ne? Bei mir ist alles dunkel. Ja. 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 Nice. Jetzt auch hoch? Ja. Ich glaub nicht, dass es wir hier sind, wo ich dachte, wo wir sind. Schade. Hm. Geld ohne Ende. Bibel ohne Ende. Alter. Ja, ich... Hä? Ich höre was, aber ich seh nix. Was? Wo ist das? Wo ist das Bild? Hier. Kann man es nicht aufheben. Kann man es irgendwie auch nicht aufheben. Warum? Vielleicht noch ein Gegner in der Nähe. Kann man irgendwie nicht, ne? Wir können hier Feuer machen. Ah. Hm. Ich tu mal einen Arm rein. Einen. Und noch einen Fisch holen. Und zwei. Hm. Gerade, ob ich irgendwas cooles mit Seilen machen kann. Was passiert? Ich hab's kaputt geschlagen. Ah. Soll ich dir zeigen, wie man Neues macht? Ja. Du gehst auf B. Auf den... B. Genau, B. Den zweiten Reiter von oben. Und dann einfach einfaches Feuer. Ja. Einfaches Feuer. Genau. Dann kannst du das auf dem Boden platzieren. Ja. Und dann ist es quasi so schemenhaft gebaut. Und dann können wir alle da Materialien hinzufügen. Also einfach mit dem gedrückt halten. Genau. Genau. Ich glaub schon. Ja, genau. Jetzt können wir da Sachen hinzufügen. Ähm. Und ja. So. Ich hab hier ein Stück Fleisch. Das ist im Inventar drin. Aber ich kann's nur ausrüsten. Ich kann's nicht... Ja, ja, ja. Mach das mal. Also du musst nämlich das Feuer angucken. Dann siehst du da so Geld oder so. Wenn du dann R drückst, kannst du hier rumwählen. Und mit C legst du rein. Du musst so ein bisschen gucken. Du guckst das Lagerfeuer an. Wenn du R drückst... Ah, jetzt hab ich's. Weißt du? Ja, ist so ein bisschen versteckt leider. Ah. Hm. Leichenteile. Buh. Vor allem Knopf an die Leichen hier die ganze Zeit bei mir hier. Hm. Ah, guck mal. Jetzt kann man schon was essen. Essen? Ja. Hast du auch genug Trinken? Ja. Okay. Essen ist fertig. Ich bin voll, danke. Hm. Okay. Da ist ja einfach drei Sachen. Echt? Warum? Ja. Aber jetzt geht's. Anschluss. Okay. 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 So, ich bin voll. Alle soweit fertig? Sollen wir weiter? Die Frage ist wohin? Äh, zurück. Ich hab mich wohl fatal mit dem Weg. Wir mussten ja irgendwo anders nochmal abbiegen. Ja. Ich glaube links lang wahrscheinlich dann. Und da war auch ein Weg, da ging's nochmal so runter. Rechts lang. Also jetzt rechts, ja? Gerade war's noch links. Hier geht's auch weiter. Ach du, ach da meinst du? Eigentlich nicht, aber... Gucken wir mal. Ach man kommt ja auch. Okay. Okay. Wir gehen alle Wege nach oben. Alter, was für'n Weg hier. Ja dann, das Schaurig-Grün. Kamen wir bei dir her? Nee, nee, hier kamen wir nicht her. Hier geht's weiter. Hä? Warte mal. Da wo ich bin, geht's weiter. Ja. Okay. Egal. Und das hier ist halt der andere Weg, ne? Du bist ja gerade gefragt links oder rechts. Das war aber nicht da. Ganz sicher? Weil das kommt mir hart bekannt vor hier. Ach, das war hier. Ach, das war hier. Das war hier. Das ist hier. Na dann. Da hatte ich mich romanisch in den Wasserfall da hinten gewaschen. Das ist hier. Wie bitte? Der Marco hat mich grad überholt. Ja, auf der... Ja, auf der... Ja, wenn du Schiff drückst bei so'n diesem... Ah. Du meinst dieses Ding, was so runter geht, ne? Ah. Soll. Genau. Äh, wascht euch einmal hier im Wasser. Hm. Schön. Dann könnt ihr dieses ekelhafte Blut da abbringen. Weil ihr werdet krank, glaube ich. Also wenn ihr zu viel Blut habt, dann könnt ihr so euch infizieren. Mhm. Hier. Hier bei dem Wasserfall geht das, glaube ich, nur das Waschen. Also hier in der Pfütze leider nicht. Erstmal duschen. Hm. Ja, ist noch dran bei dir. Ist noch dran. Vielleicht geht's doch nicht. Aber es sieht lustig aus. Okay. Sehr schön. Okay. Voran mit dem Feuerzeug in der Hand. Wie bitte? Voran mit dem Feuerzeug in der Hand. Ja, das ist, glaube ich... Es gibt doch diese Unterwasserfeuerzeuge. Das ist wasserfest, ja. Ja, das ist wahrscheinlich so eins. Dahint was? Ah ja, so ein Schädelchen. Guck mal, Marco ist direkt am pöbeln. Ich bin nicht. Okay, haben wir. Ey, da hinten hör ich doch irgendwas glibbern. Piepsen? Ja, hier sind Babys. Oh, hier ist ganz viel zu trinken. Hier ist Soda. Kann... Kann Soda... ...mehr aufheben. Ah, du! Achaka! Oh, das müsste da hinten gewesen sein. Wir sind doch Gegner, wie viel? Wo denn? Ich kann den nicht sehen. Bei dir jetzt? Bist du dir gelaufen dran. Hinter dir. Oh je, ja. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Oh neee. Was sind's? Einer? Nur einer, glaube ich. Ein Dude. Ah! Ah! Wie? 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 Na wollen wir mal. Dynamit hat keiner von euch, ne? Dynamit? Doch. Möglich ist Dynamit Dynamit. Oh, hier ist von mir ja noch einer. Ja. Aber das könnte man nach hinten werfen, wenn wir da bauen. Hm, können wir gleich machen. Ich würde nur gerne hier noch weiter. Na gut. Hier hin wollte ich. Perfekt. Guck mal, was hier steht. Hier, Kirk. Oh yeah. Nein. Ganz genau. Das war der Grund, wieso ich das hier gesucht habe. Genau. Vielen lieben Dank. Na sicher mal. Jetzt bin ich richtig gut ausgerufen. Wusste ich, wusste ich. Du darfst nur nicht ganz sterben. Wenn du ganz stirbst, verlierst du deine Kettensäge. Okay. Also das nächste Mal, wenn du dich hier auf den Server einloggst, musst du dann auf Weiterspielen drücken, sonst ist das Ding dann weg. Hm. Räumchen. Hast du dir auch, um zum, zum Linkspool zu bekommen? Oh! Äh, bitte? Oh! Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ding ist nur für Bäume gedacht. Ich glaub schon. Echt? Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Gut, okay, Dynamit. Hätte ich, glaube ich, da. Ich habe einige Stangen Dynamit. Wo muss ich hin? Ah ne, Leuchtfackel habe ich. Entschuldigung. Leuchtfackel. Eine Leuchtfackel. Dann können wir da nichts machen. Hm. Aber ich kann ja mal gucken, wie man hier Sprengstoff baut. Ich hab gesehen mit einer Uhr oder so. Da hätte ich sogar alles da, glaube ich. Platine. Geld. Ich weiß nicht, ob das damit geht, aber können wir probieren. Äh. Lebeband. Okay, ich habe Sprengstoff gebaut. Oh, mein erster Sprengstoff. Cool. Okay, wo muss ich hin? Ich weiß auf dich. Danke. Hin. Vorsicht, da war eventuell einer. Echt? Hm. Schnell weg hier dann. Ja, ja. Es sieht halt aus wie die Leuchtfackel, die ich in der Hand habe. Also so optisch sieht das so aus. Das Zeichen. Und das muss ich einfach da hinstellen. Das müsste jetzt da wegsprengen. Probier mal. Probier ich mal. Soll ich mir, glaube ich, weg. Oh, der klopft. Aha. Oh, den Ringen. Was? Ich hör dich nicht. Hä? Hä? Ach, schön. Oh, das sieht noch tot aus. Wartet, wartet. Ich bin noch am Unterkleiden. Hier war was Verstecktes. Hier. Hier, hier, hier. Hier, ich spring hinter dir. Hier. Da. Da ist irgendwo was versteckt. So ein kleines Bildchen. Hm. Mit'n X. Nice. Genau. Hola, curio. Que tal? And we spoke about your Thursday. Did you know that our German word for Thursday means Thunderday? Did you know that? Ich bin gespannt. Da hinten leuchtet's ja wieder so abgefahren. Mhm. Mhm. Habst du die Vermutung grade? Nee, wir sind woanders. Oder? Nein, wir sind an der Stelle, oder? Nein. Und zwar da hinten ist das, wenn wir die Hacke ja haben. Ah, okay. Dann haben wir das durch, ja. Also ist der ganz Rödel hier verbunden. Moin, das ist die andere Rödel dann, ne? Ja, da wo wir grade nicht hoch sind. Mhm. Ist ja lustig. Und jetzt ist die nochmal hier. Du kannst nicht mehr tragen. Ich hab jetzt nur eine Kletteraxe hier. Aber ich geh mir dann hier hoch und da raus. Oh. Meine Motorsäge kostet 5,99. 5,99 oder 599? 599. Oh. Qualitätsding. Ja. Aber ich hab's ja, dank euch, umsonst gekriegt. Haha, ja. Irgendeiner Leiche aus den Fingern gerissen. Oh, man kann hier auch, äh, links lang. Mhm. Das heißt dann auch. Ja, wir sind noch weiter hoch grade. Nee. Gar nicht. Gar nicht. Hier sieht's irgendwie nach... ...Tot und Verderben aus. Ja, hier waren wir schon. Ach, guck mal. Hier sind grade so Mysti-Riegel auf dem Boden. Oh, nice. Warte. Wo mir nicht. Hier wo ich, äh, springe. Und wir waren hier gerade zwei. Hm. Uh, I think I check it since Marco always celebrates that. He, he, he does. I do. I think it's Kirk. Kirk always celebrates Thursday. He has his Pizza Wednesday. Yeah, yeah. He has his, ähm, Kebab Thursday. And, ähm, French fries Friday. Äh, wie kommen wir hier weiter? Ach, da. Hier sind auch noch Riegel bei mir. Also ich hab hier nochmal Riegel gefunden. Banade, ja. Hier. Hier auf dem Boden. Also ich seh keinen mehr. Hm. Aber wir können die uns nicht wegluten. Also eigentlich... Sollten die bei dir hier sein. Irgendwo hier? Hm. 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 Oh yeah, he always says Feierabend. Ja, Feierabend means... Feierabend. This is the word we save. Our work is finished. Höh. Höh-eh-eh. Holy shit. Irgendwie funktioniert mein Ethos grad nicht. Doch, jetzt. Äh, du musst das Ding ausgerüstet haben, ne? Vielleicht. Ja, ja, ja. Hab ich. Ah, hier sind Sticks bei mir. Okay, der sieht doch gut aus. Die Sagen haben wir geregelt. Oh nein! Wir sagen, wir haben endlich unseren Tag gewonnen. Haha, wir haben keine Worte. Das ist ein bisschen schade. Du solltest auch eine Worte dafür haben. Ich meine, zu feiern, dass dein Arbeit vorbei ist, ist großartig. Ich meine, Feierabend. Das ist... Wir sagen immer... Wir sagen immer... Ich weiß nicht, nach jeder Arbeit. Right? Es gibt auch Songs über das. Es ist das gleiche wie so. Wir können Feierabend sagen. Aber wir sagen auch Feierabend, wenn jemand sterbt. Ja. Das ist so, oder? Ja. Passed away. Ah, genau. Passed away. Nice, ey. Wir haben es geschafft. Hm. Ah, und da ist unser Haus. Los! Los! Ah...